Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Over the Suns hier mit Abort Bay und Dexas und Brandenburg. Ja. Bitte mein Krieg von meinen Verbündeten aus. Willkommen inIR Oh Gott, da werde ich auch wieder kate. Ah, ich möchte, ich möchte nicht fortsetzen den ganzen Krieg heraustreten, weil da hab ich die K.I. nicht. Ja, äh, es könnte sein, dass ich in nächster Zeit versuchen werde, verstärkt EU4-Uptional aus und einfach ein Grund, dass die H.I. jetzt hier kommt am Ende dieses Monats und dann wird dieser Save leider nicht mehr funktionieren, das ist das Blöde. Durch die Bot kann ich nicht die Beta-Pasche anwenden. Ich möchte, dass die Böde nicht mehr so gut sind, sondern ich möchte, dass die Böde nicht mehr die Böde nicht mehr so gut sind. Ich möchte, dass die Böde nicht mehr so gut sind. Es ist ein Wachschad. Das war's für heute. Was? Das ist super. Boah, hat Hamburg viele Truppen. Wie schafft die das denn? Das war's für heute. Oh, der ist gut. Verdammt. Das ist viel zu groß. Hey, du und 40.000 Truppen. Das war's für heute, oder? Das war's für heute. 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 Da war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 das wieder in rv Muss ich mal das zergehen lassen? Das ist der Block! Es sind ja wir und diese Fusselstaaten vernichten gerade unsere Armeen. Die Armeen Die Armeen Good job. Oh man, ich hab mir das hier voran. Oh, du sauer in der nette Variante. Da hatte ich jetzt Glück. Okay, jetzt kann ich die nächste Idee wählen. Wir gehen auf Militär. Oh man, ich hab mir das hier. Oh man, ich hab mir das hier. ... Musik ... rum ok ich hab dich mal drücken ach da war ach das ist doch so eine Sache ich hab dich mal drücken ich schau grad nach wirklichkeiten wie ich nur so wie ich könnte mit Hamburg doch auch 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 sein Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Boah, die hassen mich alle so sehr. Ah, ich hab das sowieso... Ach, halt! Ach, die sind in der Koalition gegen mich. Tatsächlich. Und die werden auch nicht so schnell rausgehen. Ach, das wird doch... Ja, es wird diese leicht. So, das kann die Antwort sein, zu kurzem beginn. Hey, hey, hey. Was ist da los? Das türkische Reich wächst. Und das spanische. Nur gerne in eine andere Richtung. Die nächste Idee, die ich wähle, wird eine Wirtschaftsidee. Mehr notwendig danach. Okay, noch ein verbündeter Abend. Ja... Im Bereich mag mich gerade keiner. Ja... 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 Das ist hier. Das ist hier. Eine freie Stadt. Und das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, äh Puh, ich dehne schon wieder 10% I don't know, sieb da need Oh God, let's tell her of me Puh, ich dehne schon wieder 10% Peinlich Puh, ich dehne schon wieder 10% Jetzt hab ich ja nicht weit bei der Darlehen abgezahlt Irgendwie schaut die Karte mal anders aus als sonst Oh, Hessen, Hessen wächst Puh, ich dehne schon wieder 10% Dann hat das reichte Theorie begonnen Genau, schnitzende Gehörner, aber immer nur nicht Kassilien 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 Ach, das ist gleich weg. Gut. Habe ich das auch schon abgezahlt? Was ist denn das? 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 Was? Was ist denn das? Das? Was? Ja. Naja, ja, dann sind wir jetzt hier nun vergangen und höchstens weiter geht es hier zum nächsten Fall.